so jetzt hier mission 2 arktische flamme auf geht's wo ich kann mich kaum bewegen okay jetzt geht's ja hier ist nix glaube ich sicher ich glaube man kann muss irgendwo reingehen das ist echt so okay scheinbar sind wir auf dem boot ja flugzeugträger oder so ein schiff auf jeden fall ist es schon jetzt ist kein flugzeugträger ist so du bist vor mir pass mal aus wie bei COD die eine map das erste der bringt mich um ich hatte auch schon angst ey guck mal jetzt fällt er es hin jetzt liegt er man kann eigentlich schön was kann man eigentlich ich habe schon gedacht muss mal die waffe wechseln ziemlich realistisch dargestellt aber erstmal übel zu sagen bis mir dann wieder ziehen können ach bist du in der set person ansicht das ist echt einer mann ich kann mich nicht daran gewöhnen schiff zu sagen ich kann mich nicht daran gewöhnen mit z nachzuladen das braucht man nicht so oft immer von meinem arsch gewalt deinem arsch vor mir weg hier ist bestimmt wieder einer ja bestimmt sieht man doch auf der karte oder ich gehe mal weiter ich klettere immer hoch und man kann uns das eine so übelst dass du es seid aber ich mache es einfach mal bis man zielen kann wieder ganz ist echt ein bisschen schwer dauert so wo geht es hier rein hier drummach das geht es ein warte immer vor der tür warte da mal ich bin da gleich bist du das der erste ich habe eine sprengladung er wird ja mal weg man ist das hat sich übergebracht er ist so eine sau lebt ihr noch nein da fällt hin städt dadurch sagen dass sie sterben doch gesagt so geht hoch oder runter ich würde sagen geht noch los ja wo gehst du dran in die klo ist gehe ich nein hör mal auf ne ich komme zurück ok hier ist frei oh ey die blocken hier einen immer nervt so echt jetzt ich komme nicht mehr raus ich bin tot oh ich spawne ja direkt vor dem solch haben gekillt bist du noch da oder komm von dein scheiß kloß runter und mach was bist du hochgegangen oder ne ich war hier lang die tür und da war einer ich geh mal hier weiter hier ist auch noch einer glaube ich hier geht es hier weiter man Winddrohung neutralisiert geht es hier immer hoch außen und außen hoch eigentlich spielen wir hier voll untaktisch ne ja weil du immer woanders lang gehst du vogel und weil das game so übel soundlos ist das nervt ein bisschen ich mach gleich ganz leise im hintergrund Musik an für die nächste Mission ganz einfach so Kango am Boden oh bist du tot? Glück gehabt er hat mich fast gekillt ey hast du das auch dass du manchmal standbilderst ganz kurz? ja aber jetzt in letzter Zeit grad nicht ich glaub das liegt daran wenn äh fraps nen neuen Part anfängt ja kann sein hier ist grad wie willst du Sack hast ne geht es noch höher alter wie hoch geht es denn hier? ich bin jetzt Deck 2 ja ne ich bin jetzt Deck 4 ah ich seh euch gerade da seid ihr noobs alter chillt mal ihr spundet hier ja voll durch hab ich hab ich ne die Ganaten machen auch die Tür auf Junge block hier nicht rum so kann hier irgendeine einsatz viel geschlagen eine Geisel wurde getötet oh Fabi warst du das wieder? ey ich hab die nicht getötet ich hab den Typen getötet der hat die Geisel getötet die Leute werden sich so totlachen weil das jetzt schon zwei Missionen geschafft hast hm hm ja das ist halt so so zweiter Versuch bei Mission 2 auf gehts jo ja dieses mal äh muss ich mal aufpassen worauf ich spiele alter ist er am Schotten ach na ist das du in den Kirch? ne ne ich würde jetzt mal versuchen am Anfang mit dem hochzuklettern aber ja kannst du gleich machen nach dem nächsten Teil ne ne ich glaube meine nicht ich meine jetzt kommt erstmal keiner da da ist einer nein ooooh und ich peck er noch die auch oh tot scheiße oh Gott das steht er noch runter aber war schon tot war schon tot aber wie lange man auch wirklich lässer ist jetzt schon tot ich bin wieder einer der Suns ich bin wieder einer der Suns Junior ja äh sind jetzt alle so so ich mach ja mal eine Bombe nein ich mach's auch oh ich hasse dich man ich bin tot so ein Trottel so ein Trottel Junge lass mich doch die Bombe legen voll geil aber ne ich sagen Niklas würde das ja nicht hinkriegen vernünftig zu spielen du kriegst es nicht hin hier mal taktisch zu spielen ne aber es ist ein bisschen übertrieben da extra eine Bombe zu machen ne es hätte denn voll weggekaut so wo bist denn du ne die Tür aufmachen das wär mach auf hast du hast du bist gestorben jo oh man er hätte zu kurz gewartet hätte ich mich dafür noch besser positioniert und eben instant gekillt naja war der letzte mal hier lang gegangen ne ich bin hier lang gegangen ja voll geil komm komm kann man eigentlich direkt auch ganz da oben ja gut könnte man machen rauf doch mal ich hab Angst dass hier echt das Löschende kommt passiert jetzt gehe dahinter bestimmt ja ich kann gerne sprengen nochmal gut ich gehe weg ich dachte ja ja wart ihr doch schonmal ne ganz irgendwo in Ordnung oder nicht sprang dann installieren dort so 30 Sekunden so ungefähr so jetzt ist es vielleicht fertig ja der eine Typ macht genau dasselbe wie ich der eben noch neben mir steht wenn ich mich ducken duckt duckt ich auch ja ich weiß wie ducken sie auch an sich duckt hier jetzt zieh mal dahin mit der Waffe soll ich da rauf schießen oder was soll ich da rauf schießen oder was nein du sollst uns dahin ziehen weil ich es gleich weg sprengen und gehe ganz nah hin so ich spreng jetzt ja ich hab ihn kilt damit richtig geil echt? ja das macht das richtig gut hier ist ne geisel ein geisel ich hätte fast ne geisel gekillt man aber er musste eh mal irgendwie alle Türbesen töten hab ich das Gefühl so das hast du ja noch hinten so ey die unterscheiden sich gar nicht von denen ey wir haben schon mal ein Ziel erfolgreich hier war glaub ich die Bomben da ist noch einer ich hab ihn geil geiles Ding die ich dir noch geholt hab ja und ich glaub für die geisel muss man einfach wieder alte Russen töten ne ich weiß ich weiß du bist fast tot hab ich das Gefühl mhm war noch Mädels was hättest du da so mitnehmen das wär oder ist das einer Terrorist oder ein Geisel ja was ist das das erkennt man Farbe ach schein du bist so ein Penis nein der Typ hat die gekillt echt ja echt so und der nächste Versuch startet schon Versuch nochmal 3 und der erste Gegner ist down hab ich wunderschön geholt so jetzt wissen wir wo der nächste ist wir müssen uns gerade ausrennen erstmal und dann ist er da links ist denn hier ich glaub das ist immer ein bisschen anders oder nein ist immer genau gleich oh ich bin tot er kam da von oben von da oben in einer Atemschutzmaske eine Mann 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 du scho bist jetzt bin ich dann wieder nicht mein Originaltyp ne kann man sich umbenennen so heißen es echt alle gleich kann man bestimmt ja so dass wir wieder hier lang gehen wollen wir nicht wieder nach oben ja ja wir müssen ja erst hier lang ja willst du ihn sprengen oder erst dann auch ja ich spreng ja dann oben mach mal auf da ist aber glaube ich jemand Ich weiß nicht wie die hier unten stehen. Das ist einer! Ich habe ihn! Die ist zur Seite lehnen, ist ganz geil. Jetzt möchte ich jemanden, der noch draußen ist. Ich glaube die sehen einander nämlich nur nicht. So, wo ist jetzt die Tür wo hinter einer ist? Hier ist die. Hier, mach auf. Da hinter ist einer. Ich glaube das ist echt mal ein bisschen unterschiedlich. Naja da ist einer. Da hier hinter. Ah ne da hinter. Ja da ist echt einer. Rauf. Rauf. Ich bin tot. Was will man da machen? Naja ist total tot. Ey das war so dumm, er war gerade aus meinem Sichtfeld. Ich glaube wir müssen beide mal diese Bombe mitnehmen. Türbombe. Ja echt. Ah fuck, jetzt wechsle ich jetzt zweimal mal ziehen. Na ich bringe die da oben jetzt gleich wieder an. Geht draußen ist es nicht so gefährlich. Wollen wir hier eh wieder eine Bombe? Ja normal. Die war irgendwie gut. Sonst bringt ja wieder noch die Geisel dann um. Ja. Ja. Das dauert aber leider irgendwie immer ne Stunde. Geil. Geil. Hälfte ist durch. Ja es ist schon sehr realistisch hier. Es ist. Es ist schon so ne Simulation. Und dann lieber ab. Und. Ziel hin. Mein Typ müssten da mal weg gehen. Mhm. Ja. Ich mach einfach. Ich geh mal hier. Ja die folgen. Ja. So jetzt. Ja. Stone. Aber. Ich darf auch nicht mal sprinten. Weil dann geht das Ziel. Weil dann geht das Ziel kurz. Hier waren mehrere hinter wegen der Bombe. Ja da warte doch mal. Bis ich mich da hinstelle. Wir müssen doch warten. Wir müssen doch schnell die Leute töten. Ja dann schön erstmal. Dann sagt die werden sie die Bombe. Bist du ready? Ich glaub ich bin ready ja. Er zieht. Er zieht. Wunderbar. Da ist gleich um die Ecke noch einer. Warte ich sehen schon. Bleib mal so. Ah es war weggelaufen. Pass auf wer da ist einer. Spannend ist. Blöd. Ich glaub ich schmeiß mal ne Granate. Ja. Okay. Aber wir wussten dann auch den nächsten Geist ne. Was. War es jetzt ne Splitter? Weiß ich nicht. Ich glaub ich weiß es nicht. Ja schon. Das hast du mir gleich die Splittergranate zu den Geiseln mein. Hä. Das hat mich gar nicht erinnern. Ah doch kann ich. Ey. Lockierst mich. Er schießt den Typen. Ja das ist schön. So da. Da musst du jetzt blendgranate reinwerfen. Noch nicht oder? Die sind dich doch oder? Ey. Wimmelung neutralisieren. Ey. Ich konnte nicht mehr schienen. Eine Geisel wurde getötet. Alter sind gleich zwei ey. Das ist unglaublich. Ja das ist unglaublich. Ja ich sagte du hast dann blendgranate. Das ist unglaublich. So versuchen wir mal vier oder drei. Ich weiß es schon nicht mehr. Fabi verkackte es jedes Mal. Das ist jetzt mal zu überleben. Ja das. Jetzt müssen wir das hier mal schaffen. Die ersten beiden Gegner auf jeden Fall. Siehst du die sind immer ein bisschen anders. Ne sind auch noch gleich. Nur manchmal sind sie schon ein bisschen weitergegangen. Manchmal nicht so. Der ist mein Gegner so tot. Ich bin echt unerlaublich gut gerade. Wo bist du eigentlich?